So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Aktien für Anfänger. Also, was ist überhaupt eine Aktie, wie kauft man eine Aktie und worauf solltest du auf jeden Fall dabei achten, wenn du dich für einen Kauf einer Aktie entscheidest. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ist überhaupt eine Aktie. Viele Leute, die sich gerade erst mit der Börse beschäftigen, stolpern eben über den Begriff Aktie und die meisten haben auch schon etwas über die Aktie gehört und sie bringen es in Verbindung, Assoziation mit einem Wertpapier. Und genau so ist es auch, es ist ein Wertpapier und ihr seid eben auch Anteilseigner. Das bedeutet, euch gehört ein gewisser Anteil an diesem Unternehmen. Natürlich, bei einem Milliardenkonzern, wenn ihr gerade 1000 Euro beispielsweise investiert, dann habt ihr 0,0000001% Anteil an dieser Gesellschaft. Aber, hey, ihr seid immerhin Anteilseigner. Ja, und jetzt muss man eben auch unterscheiden zwischen einer Stamm- und einer Vorzugsaktie. Eine Stammaktie, bei einer Stammaktie habt ihr auch sozusagen das Stimmrecht. Das heißt, ihr könnt bei einer Hauptversammlung mit abstimmen bei Entscheidungen. Und im Gegenzug gibt es auch noch die Vorzugsaktie. Und bei der Vorzugsaktie ist es so, dort habt ihr in der Regel kein Stimmrecht. Aber ihr könnt sozusagen, ihr habt sozusagen den Anspruch auf zum Beispiel in der Regel eine höhere Dividende. Und was auch noch zu sagen ist, Aktiengesellschaften müssen nicht eben zwangsläufig börsennotiert sein. Also es kann durchaus sein, ihr findet ein Unternehmen, das zwar als Titel noch eine AG trägt. Also der Name AG, beispielsweise die Bayer AG. Bayer ist jetzt börsennotiert. AG steht eben für Aktiengesellschaft. Und in den USA habt ihr statt AG INC, also INC. Genau. So viel zu dem Thema, was eine Aktie ist. Ja, wie kauft man jetzt letztlich eine Aktie? Also eine Aktie kann man kaufen über euren Broker, beziehungsweise über eure Hausbank. Das bedeutet, ihr kauft mittlerweile Aktien elektronisch bei eurem Broker. Es ist allerdings auch möglich, in der Filiale Aktien zu kaufen, würde ich euch allerdings nicht raten. Aufgrund der hohen Gebühren, die dabei noch zusätzlich anfallen. Dann, ja, wie findet ihr überhaupt natürlich die Aktie, die ihr wählen wollt? Und das geht über die sogenannte ISIN- beziehungsweise WKN-Nummer. Und dort gibt es unterschiedliche Seiten, wie beispielsweise finanzen.net und Wallstreetonline. Dort könnt ihr dann den Namen eingeben, weil ihr kennt ja, wie gesagt, die Nummer nicht, also die ISIN- beziehungsweise WKN. Und ich würde euch auch immer raten, nach der ISIN-Nummer zu suchen, denn es ist so, hier ist es eben international. Das bedeutet, gerade wenn ihr jetzt US-amerikanische Unternehmen auch kaufen wollt, dann sucht doch immer nach der ISIN und nicht nach der WKN-Nummer. Nur so als Tipp. Und, ja, sobald ihr dann eben das Unternehmen gefunden habt mit der ISIN, könnt ihr das Ganze eben bei eurem Broker in der Suchmaske eingeben. Also einfach bei der Suche eingeben, okay, ISIN-Nummer. Mittlerweile ist es auch möglich, aufgrund natürlich der künstlichen Intelligenz, dass, wenn ihr beispielsweise nach der McDonald's Aktie sucht, der Broker sofort weiß, okay, ihr wollt jetzt eben McDonald's. Ihr müsst noch nicht mal mehr die ISIN-Nummer eingeben. Aber ich würde es euch trotzdem raten, denn es kann durchaus sein, ihr findet unterschiedliche Aktien, beziehungsweise eventuell kauft ihr auch versehentlich eine Anleihe. Und, ja, deswegen ist es besser, über die Nummer die Aktie zu finden, statt einfach nur den Namen bei eurem Broker einzugeben. Und, ja, dann als nächstes, sobald ihr die Aktie ausgewählt habt, müsst ihr nur noch die Stückzahl festlegen. Bei der Stückzahl ist es halt so, dort müsst ihr halt berechnen, okay, wie viel Stück kann ich jetzt kaufen? Der Preis liegt jetzt beispielsweise bei 50. Okay, jetzt kann ich 20 Stück kaufen, ja, dann habe ich 1000 Euro. Aber, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Preis habt von 45 oder 46,51 oder was weiß ich was, dann müsst ihr das, wenn ihr jetzt gerade nicht so viel Geld beiseite habt, dann müsst ihr das genauestens ausrechnen. Und das, ja, kostet halt eben Zeit, dann gebt doch lieber gleich den nominellen Betrag ein. Dann müsst ihr gar nicht berechnen, okay, wie viel Stück zahlen, kann ich jetzt hier kaufen von der Aktie? Es ist deutlich leichter, den nominellen Betrag gleich einzutippen. Dann bei der Order ist ein wichtiger Punkt, und zwar Limit, billig, bestens und tagesgültig. Limit sollte klar sein, das heißt, ihr seid definitiv nur bereit, zu diesem Kurs eine Order, also einen Auftrag auszuführen. Darunter, darüber nicht. Billig ist quasi, es soll zum bestmöglichsten Zeitpunkt ausgeführt werden. Ja, und genauso auch beim Bestens, es soll am besten gleich, also innerhalb eines kurzen Zeitraums ausgeführt werden. Das Problem bei billig und bestens, sowohl bei billig und auch bestens, ist es halt eben, dass ihr keinen Einfluss darauf habt, wann letztlich der Broker wirklich hier zuschlägt. Und gerade bei Aktien, die, sag ich mal, ein sehr niedriges Handelsvolumen haben, beziehungsweise die sehr schwankungsanfällig sind, sehr volatil sind, gerade bei Small Cap Unternehmen, würde ich euch billig und bestens eher abraten und zu Limit greifen. Bei manchen Brokern ist es tatsächlich so, dass ihr bei Limit dementsprechend auch Ordergebühren zahlen müsst. Da müsst ihr halt eben darauf achten. Und dann gibt es auch noch tagesgültig, aber das ist meiner Meinung nach das Schlechteste, was man wählen kann, denn hierbei innerhalb eines Tages kann der Kurs extrem schwanken. Gerade bei Small Cap Unternehmen kann das bis zu 20, 30 Prozent sein. Das würde ich euch lieber nicht empfehlen. Bei größeren Unternehmen mit Caps, Large Caps ist das vielleicht weniger so der Fall. Aber ich würde allerdings immer mit billig bestens, beziehungsweise lieber doch gleich dem Limit arbeiten. Dann müsst ihr noch die Börse auswählen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier unterscheiden zwischen Frankfurt, Stuttgart, New York, London. Manchmal ist es auch so, euer Broker hat bereits schon eine gewisse Anzahl, ein gewisses Volumen auf Vorrat. Das heißt, ihr könnt direkt bei eurem Broker kaufen. Ist auch möglich. Schaut immer, gerade wenn ihr ausländische Aktien kauft, dass ihr die Aktie an der heimischen Börse kauft. Also wenn ihr beispielsweise McDonalds kaufen wollt, dann kauft doch McDonalds über die New Yorker Stock Exchange. Denn dort sind die Gebühren dementsprechend weniger. Wie wenn ihr jetzt in Frankfurt kaufen würdet. Weil Frankfurt muss dann quasi nochmal in New York die Aktien kaufen. Und das sind dann wiederum zusätzliche Gebühren, die hier anfallen. Deswegen immer die heimische Börse bei ausländischen Werten nutzen. Und zu allerletzt, wenn ihr dann zum Beispiel zwischen inländischen Börsen unterscheiden müsst, dann schaut doch bitte immer auf den Spread. Der Spread ist der Unterschied zwischen An- und Verkauf. Also wie hoch quasi die Gebühren sind. Wenn das mehr als 2, 3 Prozent sind, bei manchen 4 Prozent, dann ist das schon ziemlich hoch. Also der Spread wählt den Broker aus mit dem niedrigsten Spread. Und Depotgebühren, das hängt aber wie gesagt wieder von eurem Broker ab. Hat jetzt nichts mit der Börse zu tun. Es kann eben sein, ihr müsst Gebühren zahlen für ein Jahr Haltedauer. Und schaut eben darauf, dass ihr auch einen Broker aussucht, der eventuell gar keine Depotgebühren verlangt. Oder beziehungsweise nur sehr niedrige Depotgebühren. Ich kann in meinem Fall natürlich die Comdirect empfehlen. Ich habe euch unter diesem Video auch einen Link zur Comdirect verlinkt. Dort könnt ihr gerne euch für ein Depot entscheiden. Ihr bezahlt sozusagen nur 3,90 Euro pro Kauforder und Verkaufsorder in den ersten zwölf Monaten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hierbei handelt es sich natürlich um einen Affiliate-Link. Das heißt, ich bekomme eine kleine Profession von Comdirect, aber nicht von euch. Und ja, wie gesagt, es ist halt eben eine Win-Win-Situation für alle. Ja, dann kommen wir nochmal jetzt zu dem eigentlich wichtigsten Punkt. Und zwar nämlich, worauf sollte man denn achten, wenn man eine Aktie kauft? Und ich erlebe sehr oft, dass viele Menschen einfach so Aktien kaufen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Okay, wie sieht es denn aus mit den Kennzahlen, also mit den Finanzkennzahlen? Ja, und das Wichtigste, die wichtigste Kennzahl, und die werden wir in eines der nächsten Videos natürlich auch besprechen, ist der Cashflow. Ja, ist letztlich das, was am Ende an Gewinn übrig bleibt, beziehungsweise was eben liquide ist. Ja, und dieser Cashflow kann dann eben in Form von beispielsweise einer Dividende ausbezahlt werden. Die Dividende sollte möglichst eben von der Eigenkapitalquote ausbezahlt werden und nicht vom Fremdkapital. Ja, es gibt sehr viele Unternehmen, die sehr schlecht dastehen und eine sehr hohe Fremdkapitalquote haben und dementsprechend ihre Dividende daraus bezahlen. Und viele Anleger setzen auf Dividenden starke Titel, weil sie sagen, ach ja, Dividenden, das ist der neue Zins. Ja, so ein Schwachsinn. Ja, wenn ihr nur auf die Dividende schaut, dann werdet ihr auf jeden Fall euer Geld verbrennen, denn am Ende zählt nur der Zins unterm Strich, also sprich die Kursgewinne und die Dividenden. Ja, und deswegen macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, sich nur für eine reine Dividendenstrategie zu entscheiden. Und deswegen ist meine Meinung. Ja, Brokergebühren, das hatten wir ja eigentlich schon. Wie gesagt, vergleicht die Broker miteinander. Ich kann euch, wie gesagt, die Comdirect sehr empfehlen. Ich bin selber dabei und ihr zahlt, wie gesagt, in den ersten zwölf Monaten 3,80 Euro oder 3,90 Euro. Und das ist relativ günstig. Es gibt kaum einen Broker, der günstiger ist als die Comdirect. Klar, es gibt natürlich auch noch die Flatex und so weiter und so fort. Ja, zum Thema, was kann man noch sagen? CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis. Und beim Thema Chance-Risiko-Verhältnis ist es so, ja, letztlich wie stark, das kommt eher aus der Chart-Analyse. Wir werden uns auch hier nochmal mit der Chart-Analyse beschäftigen. Allerdings wird das erst in einigen Wochen kommen, denn jetzt fangen wir erstmal bei den Basics an, bevor wir uns mit der Chart-Analyse beschäftigen. Also, CRV steht für Chance-Risiko-Verhältnis. Letztlich, ja, wie groß sind denn letztlich die Chancen und wie hoch ist das Risiko? Ja, wenn ihr ein Chance-Risiko-Verhältnis habt von 2 zu 1, dann scheint das schon gar nicht mal so schlecht zu sein. Ja, wir sind jetzt hier natürlich nicht im Trading. Das muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. Allerdings können wir auch aufgrund der Vergangenheit des Charts durch gewisse Indikatoren uns auch ein gewisses Chance-Risiko-Verhältnis ausrechnen. Wie das jetzt im Einzelnen geht, möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber meiner Meinung nach sollten auch Privatanleger sich mit der Chart-Technik auseinandersetzen. Ich weiß, viele sagen, okay, Chart-Technik, das ist in die Glaskugel schauen, aber meiner Meinung nach nicht, denn man kann sich auf jeden Fall einen Vorteil verschaffen. Dennoch sollte man, wenn es um Investitionen geht, sich sowohl mit der fundamentalen Kennzahlenanalyse auseinandersetzen, als auch mit der Chart-Technik. Beides ist hierbei nicht zu vernachlässigen. Ja, ich bedanke mich und freue mich auf eines der nächsten Videos und ja, bis bald. Macht's gut.